NXT in 60 Sekunden. NXT ist eine Kryptowährung mit einigen zusätzlichen Funktionen. Die übliche Abkürzung für NXT lautet NXT und NXT gibt es seit dem Jahr 2013. Was ist das Besondere an NXT? Neben seiner primären Währungsfunktion bietet NXT einige zusätzliche dezentrale Funktionalitäten. Unter anderem gibt es einen Marktplatz, auf dem Waren gekauft und verkauft werden können. Es gibt eine Nachrichtenfunktion und es gibt ein dezentralisiertes Alias-System, das man auch DNS-System nennt. Kurz dazu, Internetadressen, so wie wir sie in die Adresszeile unseres Browsers eingeben, machen für Computer keinen Sinn. Diese brauchen immer eine IP-Adresse. Deswegen gibt es sogenannte Alias-Systeme, wie zum Beispiel DNS, die quasi IP-Adresse und Internetadresse miteinander verknüpfen. Ein solches System hat NXT dezentralisiert. Von NXT gibt es insgesamt eine Milliarde Coins, die pre-mined wurden. Das heißt, diese Coins wurden gleich am Anfang erstellt und es kommen keine neuen Coins zur Währung hinzu. Die Blockzeit beträgt im Durchschnitt etwa eine Minute und der Konsens-Algorithmus basiert auf Proof-of-Stake. Weitere Informationen zu NXT findet ihr auf der offiziellen Webseite oder bei Twitter und Reddit. Das war NXT in 60 Sekunden. Für weitere Videos abonniert gerne den Kanal, lasst mir einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat und teilt es mit Freunden, die sich für Kryptowährungen begeistern könnten. Bis dahin, eine gute Zeit und ciao!